so heute mit der serie review zu the expense ist eine ziemlich neue serie 2015 bis 2022 lief die also ist dieses jahr zu ende gegangen und ich habe die serie komplett durchgeguckt und bin jetzt fertig mit der serie ich habe der serie 7 von 10 sterne gegeben das heißt ich würde sie jetzt nicht unbedingt noch mal gucken aber einmal gucken kann man sie auf jeden fall diese serie ich habe ja vorher madman geguckt die review dazu werde ich euch hier unten verlinken ich habe nach madman weil das halt so eine ziemlich standard serie war wo nichts irgendwie großartig interessantes passiert habe ich mir eine serie ausgesucht oder wurde mir auch empfohlen die irgendwie mehr action enthält ich mag action und vor allem science fiction serie mit so einer wertung 8,5er wertung dachte ich mir okay gebe ich mir mal diese serie ich wurde nicht enttäuscht die serie ist spannend die durchweg spannend was extrem selten ist bei serien 62 folgen jede folge zwischen 40 und 50 minuten und die serie ist wirklich spannend also das machen die richtig vor allem am anfang vor allem die ersten staffeln erste und zweite staffel die hocken einen ganz am anfang schon und dann kommst du da nicht mehr los von der serie da bist du wirklich am suchten weil du willst so unbedingt wissen was dort weiterhin passiert dass man einfach nicht aufhören kann die zu gucken und was ich da jedem empfehlen kann wer diese serie gucken möchte die serie ist super high quality gemacht eine höchste qualität die du dir nur vorstellen kannst nicht irgendwie so irgendwelche billige animationen oder sowas sondern wirklich wie star wars im neuesten star wars teil alles perfekt gemacht richtig höchste qualität die man sich nur vorstellen kann und was ich da auf jeden fall empfehlen kann bevor ihr die serie guckt also hier wird es natürlich auch spoiler geben bevor ihr die serie guckt lest euch auf jeden fall bei wikipedia die ausgangssituation durch okay dass hier sind keine spoiler ich werde danach ein paar spoiler bringen aber erstmal lesen wir uns das hier durch weil das extrem wichtig nennt nicht damit die serie anfängst zu gucken überhaupt nichts verstehst deswegen kann ich sehr sehr empfehlen das hier durchzulesen ich werde das jetzt einfach mal vorlesen damit ihr so ein bisschen geschmack dafür bekommt was die ausgangssituation ist vielleicht interessiert euch ja die ausgangssituation weil hier stehen wirklich ein paar sehr interessante sachen drin die serie spielt im 24 jahrhundert also ein paar hundert jahre nach unserer zeit jetzt die menschheit hat teile des sonnensystems besiedelt darunter den mond und den mars es existieren zu dem weiteren system verstreute kolonien und raumstationen also hier das ist so interessant das war auch eine der gründe warum ich angefangen habe die serie zu gucken als ich das hier gelesen habe ich informiere mich immer bevor ich eine serie gucke worum es da so geht ganz grob und als ich diesen abschnitt hier gelesen habe habe ich mir gesagt okay ich will die serie gucken weil die ganz genau so sachen anspricht wo ich ganz genau schon immer gesagt habe ganz genau so wird es auch passieren in wirklichkeit das ist also eine sache dass das die menschen natürlich irgendwann andere planeten besiedeln werden politisch bestehen jedoch erhebliche spannungen auf der mit über 30 milliarden menschen überbevölkerten und unter erhöhten mehrere spiegeleidenden erde sind die vereinten nationen zu einer weltregierung aufgestiegen das habe ich auch schon ein paar mal gesagt dass das natürlich kommen wird wenn ich habe so ein video aus der aus mal von meinem zücke zukünftigen ich werde ich euch hier unten verlinken da hat mein zukünftiges ich das auch schon gesagt von daher ist das natürlich ganz genau also wenn du dir die politik heutzutage anguckt siehst du das alles immer weiter zentralisiert wird und einfach logisch weitergerechnet bedeutet das natürlich dass alles irgendwann sich zusammenschließen wird und seine weltregierung geben wird und somit die die stimme des einzelnen oder die rechte des einzelnen natürlich immer weiter flöten gehen werden weil du natürlich immer weiter immer mehr stationen über dir hast und 30 milliarden überbevölkerung darauf steuert die erde auch zu genau die vereinten nationen zu einer weltregierung aufgestiegen die auch den mond und mehrere stationen im sonnensystem kontrollieren die meisten bewohner in der deutschen fassung terrane haben aufgrund der höhen bevölkerungszahl keinen arbeitsplatz und sind für ihren alltag auf eine staatliche grundversorgung angewiesen sozialsystem in den großen städten wie new york city gibt es slums des weiteren leidet die erde unter erheblichen umweltproblem wenngleich die uren erhebliche mittel aufbringt um den schaden entgegen zu wirken dennoch sind die terranischen großkonzerne die wohlhabend sind im ganzen system der bereits im 21 jahrhundert kolonisierte mars hat sich seine unabhängigkeit vor der von der vor von der erde erstritten und verfügt über ein beachtliches militärisches potenzial so dass eine part situation herrscht die marsianer sind ein sehr fokussiertes und auf ihre auf ihre unabhängigkeit bedachtes volk viele sehen auf terrane herab die sie als faul und verwöhnt betrachten dies ist nicht zuletzt auf die lebensbedingungen auf dem mars zurückzuführen wo der terraforming prozess noch über ein jahrhundert andauern wird marsianische städte sind entsprechend abgeschreitet und teils unterirdisch angelegt die bevölkerung ist wesentlich wesentlich kleiner als die der erde der mars verfügt jedoch trotz einiger technologischer vorteile nicht über die industrie industriellen kapazitäten der terraner sowohl die erde als auch der mars sind dringend auf die ressourcen aus dem asteroiden gürtel angewiesen die sogenannten gürtler betreiben asteroiden bergbau leiden aber unter schlechten arbeits- und lebensbedingungen saubere luft wasser sind oft nicht ausreichend vorhanden und weisen aufgrund der schwerkraft bedingungen körperliche verformungen auf haupt stützpunkt des gürtels ist de facto der zwergen planet seras bedeutende industrie zentren sind asteroiden wie eros oder frei fliegende raumstationen wie taiko während der jupiter mond ganymede der nahrungsgewinnung dient eine militante widerstandsgruppe namens opa hat sich gebildet die gegen die erde und den mars agiert und von den vereinten nationen mit allen mitteln bekämpft wird die eskalation des seit jahrhunderten die die eskalation des seit jahren schwellenden konflikt zwischen diesen drei kräften scheint nur noch eine frage der zeit zu sein das lustige ist dass die hier gar nicht spoilern das finde ich lustig weil im endeffekt geht es in der serie also natürlich es geht sehr sehr viel um politik aber in der serie jetzt das haupt thema der haupt knackpunkt das was die serie so spannend macht das ist nicht irgendwelche politisches hin und her geschiebe wobei hier wirklich sehr viel politik drin ist in der serie sondern hier geht es darum dass diese menschen die halt sich schon auf andere planeten übergesiedelt haben und sowas die treffen auf außerirdisches leben das macht die serie so spannend und darum geht es in der serie und darum dass natürlich die ganzen parteien jeder möchte dieses außerirdische leben sagen wir mal sage ich mal das außerirdische molekül in die hände kriegen weil damit vielleicht irgendwas man damit irgendwas machen kann zum beispiel irgendwelche waffen bauen und deswegen entstehen da ganz klar konflikte wie man auch gerade schon gesehen hat die parteien sind schon unter sich im konflikt und natürlich mit diesem außerirdischen molekül worum es hier in der serie geht streiten die sich dann natürlich alle darum muss ganz klar weil wer das molekül in die hand bekommt der hat so gesagt die macht im gesamten system und deswegen sind die ersten zwei staffeln auch vor allem mega ultra spannend und ist anders in den anderen serien den anderen serien finde ich andere serien haben so probleme die leute zu hucken also festzuhalten zu kriegen weil die einfach alles viel zu lang gezogen ist und einfach nicht interessant nicht spannend ist und hier ist es ganz genau das gegenteil mega spannend was ich hier aber schade fand bei an der serie ist das ende vielleicht auch gut so nicht sicher dass das ende halt offen ist es wird nicht ganz klar was ist mit diesem außerirdischen molekül und dieses dieses raumschiff was das molekül gebaut hat und da sind irgendwelche menschen auf irgendeinem planeten die leben dort da wo dieses molekül das raumschiff gebaut hat und da sind irgendwelche tiere die irgendwie verletzte menschen und tote menschen heilen können und dann endet die serie und du wirst irgendwie voll abgeschnitten und ja es ist auch irgendwie nicht geplant dass es da weitergeht aber naja ist auch man will auch nicht unbedingt immer ein happy end haben also mir geht so von daher auch vielleicht richtig dass die das so gemacht haben also auf jeden fall das ist das was euch euch zur serie sagen kann ich will natürlich nicht zu viel spoilern aber wer eine interessante science fiction höchste qualität die man sich vorstellen kann serie sehen will für den kann ich diese serie auf jeden fall empfehlen ich bin jetzt damit durch kommt gerne auf mein discord server wenn ihr mehr wissen möchtet und wer noch vielleicht ein oder zwei sachen wissen will bevor die serie startet könnt ihr gern fragen und ansonsten leute vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten video peace